Schauen wir mal. Untersuche mit Ray den Codex. Okay. Da sitzt Ray. Also ich spiele heute mal wieder mit dem Controller. Sumerian Ritual Magik. There's a statue on loan at the museum that features it. What does it represent? Just a symbol. Signifies a path to obtain great power. Most of my colleagues assume it's an old constellation. No constellation I have a son. And I used to tell fortunes on Coney Island. Is that right? Did you wear a turban? No man. A red velvet cape with moons. It was plush. Get this. The Codex does indicate there is some kind of feeder system required. To channel energy to a destructor form. A destructor form? Like Stapar? It's entirely possible that system and this pattern are connected. It's possible. Wait, you said the gozerian statue at the museum is on loan. From whom? Also ich finde das Grafischer schon sehr gut gemacht. Es ist ja ein uraltes Spiel. Klar. Es wurde aufgehübscht für die neueren Konsolen. Aber selbst die alten. Das ist das, was ich recherchierte, als Gozer attackte mich. Shander's Architektur-Firma war in ein paar Projekte in der Stadt. Das sieht super aus. Sie kommt durch die Figuren am Top. Including Dana Barrett's old building on Central Park West. You mean the one with the extra-dimensional antenna that drew Gozer to our world so he could attempt to destroy it? He had a nice view of the park though. Yes, but he also did some renovations on existing buildings and a number of public works. There was controversy because a lot of people thought the work was unnecessary. Kommen, wir überspringen das mal. Wird ja wahnsinnig. Geht zum Actor 1, wenn du bereit bist aufzubrechen. Natürlich bin ich bereit. Ah, das ist die Rutschstange. Whee. So. Hey ho, let's go. Ich überspringen. Hallo. Was ist denn hier los? Ein Zeus. Wunderschönen guten Abend. Na, wie ist die Lage? Ja, so weit ganz gut, muss ich sagen. So weit ganz gut. War ein bisschen, ähm, Lustlos zu streamen am Wochenende. Aber, war trotzdem produktiv. Ich hab, äh, am Samstag, hab's gerade erzählt schon, ähm, mit zwei KIs 700 Videos gemacht. Also, 700 Shorts. Ich hab mich da so verloren. Ich hab einfach mal geguckt bei ChatGBT, was ist möglich und hab dann noch eine andere KI gefunden. Die kennen war, ähm, die kennen war, ähm, wo man, ähm, online dann Videos erstellen kann. Ich hab, ähm, geil. Geil, wenn ich jetzt das mit dem kombiniere, bla bla bla, und hab mich da total drin verloren. Plötzlich war es, ähm, 2 Uhr morgens. Ja, Samstag auf Sonntagnacht. Und ich so, wow, okay. Wenigstens ist das Update runtergeladen von Fortnite. Was auf dem PC übrigens. Nur 62,8 GB sind. Ja, 62,8 GB. Oh, so, geht. Ja, hallo. Oh, wie geht das noch eigentlich? Ich hab's völlig vergessen. Okay, gehen wir erst mal mit dem PKE-Messgerät, gucken, ob wir da irgendwo was Ungewöhnliches finden. Oh, oh, oh. Ab in Watt. Wie du was? Kann ich das einfach. Oh, ja. Warthunder, den Kungstiger, ah, hat's geklappt, ja, hat's geklappt. Cool. Ja, das, ähm, Fortnite-Update scheint ja richtig heftig zu sein, ne? Hab, äh, vorhin mit Cottbus ein bisschen drüber gesprochen. Also, ist ja krass, ne? Wie man die Fahrzeuge modifizieren kann. Und, ähm, durch... Äh, durch Wände sliden kann und so ein Kram. Also, ist schon krass. Teuer, viel zu teuer, aber hat's nicht gelohnt. Jo, okay, jo, okay, jo, okay. Oh, da ist wieder Menge Schleim. Ah, stimmt, wie kann ich denn hier noch switchen? Ja, so. Genau. Weck mit dem Schleim. Oh, jetzt hat es voll. Oh. Oh. Was that a possessor? Maybe. Looked like a level 7 or above, too. Didn't we used to fight class 2s and 3s every now and then? What happened to them? Oh, me. Ah, the good old days. Sieht's aber übel aus. Nee, oder? Da fährt's. Weg mit dem Dreck. Oh, ich bin aus der Mischeltasse. Ah ja, jetzt haben wir auch Kanalfunkteeinlösung. Sehr cool. Ja, ich hab auch ein bisschen an den Leuten gebastelt. Und schon hab ich wieder Urheberrechtsverletzten. Ja, anscheinend hat der Typ, der das geflötet hat, angefangen die Videos zu claimen, die das benutzen. Versteh' ich manchmal nicht. Ich mein, klar, wenn wir jetzt so einen Originalsong nehmen, wo der Künstler dann vielleicht Einbußen hat, dann bin ich voll dabei. Absolut. Aber so ein Flöten-Heini, der meint dann... So ein Flöten-Heini, der meint, ähm... ...sich die Einnahmen der Monetarisierung unter den Nagel reißen zu können. Was soll dat denn? Achso, alles klar, zeus. Dann hau rein. Hau rein. Hatte ich überlesen bei der Nachricht gerade. Na? Bis zum Fortnite-Stream, genau. Vielleicht am Mittwoch, mal gucken. Ich wollte heute eigentlich schon Fortnite-Stream. Aber da kamen auf dem Heimweg die Titel-Mobilie von Ghostbusters. Also, war das Schicksal besiegelt. Ich bin nicht sicher, wenn wir hier sind. Oh, das wäre wunderbar. Follow me. Wir gehen durch die Restoration-Departement. Da ist es wieder! Nicht zu mir. Nicht zu mir. Sie müssen mich überraschern. Na, es geht um, ich will. Musst du sogar springen? Oh, das ist mit Grün, ja. Oh, wie war das mit der Falle? X, ne? Ja, genau. So, rein mit dir. Jawoll. Walla. You guys are really good. Walla. Walla. Walla, biedle. Will he be okay? How are you doing, Ray? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Oh, he'll be fine in a second. After you. Oh no, if this place is possessed by possessors, we'd better get to Peter fast. Venkman, we found the curator. We're on our way to the Gozer exhibit now. Peter Venkman. Was name? There's so much to show you. Where to start? Things have been very strange since they started setting up that exhibit. Well, hello there. To see the Peter. Ray got possessed again. Aw, Z! You will have to go through me first. That's exactly what he said. Just like a puppet. Every day is the first day. Female whispers. I'll just to destroy. More possessors. Kid, you know what to do. So we're just going to destroy. But just trying to destroy. God damn. Then here. Ja. Erster Streuch. aber die volle mit ihr ja 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 jetzt okay und meine falle die paul sehr gut ich hab da ziemlich gut heute wow hello oh all right you guys go after alyssa be careful i'll get to security i love this plan i'll man the security cameras to triangulate them on the monitors and talk you through see you soon ray let's go guys see you soon guys dr rutherford if you'll show me to security i don't think that guy's maddening you got it it's a maddening an asshole don't bother trying to cap him just slap him down the stuff wieso die hölle los sei warte mal es gibt aufwertungen zu kaufen so im besitz im besitz 12 boson pfeil super auf ladung ja komm nimm einfach mal k 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 ich glaube der ist es bin mir nicht sicher so gehen wir mal gucken ich will eine aufwertung einpacken Musik Himmelow Kann ich nicht rein. Müssen wir die weg? Allang hier? Stimmt hier lang. Oh wow. Nachts im Museum. Hey Peter, weiter. Tja. Die ganze Zeit am gucken, ob es hier vielleicht Israex gibt. Aber, mir fallen keine aus. Esserien. Mesopotamian. Sumerian. Ah, er macht es alles. Es ist nur so, dass du diese Sachen abgeholt hast. Ich weiß nicht. Oh, zu. Nichts. Hi honey. Wie war dein Tag? Mann, wir haben uns auf die Begründung gebracht. Das ist eine Schambel. Es wurde sabotageiert. Black slime all over the place. Nur ein paar von den Kameras noch arbeiten. Wenn du frei bist, kein Rutsch. Open gate 3487. Das für Kicks? Das ist ein Moment. Woah. Wir sind unter attack. Wir kommen zurück zu dir. Bleib weg von irgendwelchen Possessor. Das ist eine Schmerz. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Dr. Rutherford. Wenn du noch da bist, kannst du dr. Stanz? Oh, blöchst du noch da bist? No? Okay, ich war das Possessor. Ich hab eine andere Saarbezunie. Ich kann nicht noch Dr. Rutherford finden. Ich muss ihn schocken. Du bist nicht spätig, als du erossst. Du? Ich habe dich auf den Kameras. Du solltest auf das Zivil-Wahr-Exhibit kommen. Elissa hat gerade durchgeführt. Okay, wir sind auf. Danke. Ja, hörst du zu. Ja, guter Punkt. Die könnten uns doch richtig wehtun. Hm. So könnte noch was sein. Hm. Komisch. Ach, und jetzt haben sie aufgemacht, oder? Ja. Der Knie ist klar. Oh. Der Knie ist aufgemacht. Oh. Der Knie ist aufgemacht. Der Knie ist aufgemacht. Oh, komm. Ich brauche Platz für die Falle. So. Hier bitte. Nummer eins. Nummer eins. Nummer eins. Schau dich an auf dem Sie! Schau sie nicht auf dem Sie! Schau sie nicht auf mich! Ich habe einen Hubschraub. Inkommen! Na, schau dich an den neuen Kinden. Stop! Schau sie! Oh! Oh! Oh Oh, hoh. Okay, was können wir jetzt noch kaufen? Das. Einfach kaufen. Und dann gehen wir auf die Sicherung. Ich kann euch auf die Kamera sehen. Keine Ahnung von Elisa oder ihrer Kinder. In den frühen 19hunderts, der Museum war ein Board von Trustees. Powerful guys, Tycoons, Captain of Industry. Ägypten. Oh. Hier ist ein Schleim. Ups. Äh. Geht das auch mit Schleim? Äh. Wasserblau nochmal. Ah. Blaues Buch. Gucken wir mal mehr. Was kommt denn hin? Gucken wir mal. Blöde Füße hier weg. Gucken wir mal was man da Kohle kassiert, ne? Jetzt nicht mehr. Egal. Dann machen wir nicht mal weg. So weit es geht. Ah. Krieg mal die Kohle für die Zerstörung von Dingen? Pass auf. Ja. Hm. Oder geht es an den Schleim? Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz schlüssig. Ja. Heute ist mit dir. Jetzt. Okay. Geh mal weiter. Ob da auch Goals da ist. Hey folks. It's okay. Be calm. Everything's under control. It's the Ghostbusters. Ghost. Get away. Get away. What the ghostbusters. Oh. The soundtrack is definitely Gozer. mit der größe und be nice to get lockt auch every now and then für them wir auch Oh, Opa! Das ist halt der Teese. Guck mal! Na, guck mal! Ah doch, grüner Schleim ist böse. Grüner Schleim ist böse. Uncomer! Ha! Gonna have to watch after you! Incoming! That's a granddaddy of bad ideas, kid. Oh yeah! Keep it going! That's a whole lot of what in heaven! Look out! Above you! Oh! I'm from New York, man! Oh, danke. Hehe. Okay. Get a scan. Ah stimmt. Oh! Ow! Nobody messing with the kid! Look out! Above you! Well, look what the new kid dragged in! Hey, Ray. How do we get out of the Egypt exhibit? The main door's blocked up tight. The Egyptian main room? Check the west wall. There should be a door leading through to the next exhibit. Seisha? I'm looking right at the west wall and I don't see a door. Well, I'm looking right at the blueprints and uh... Oh, I get it. Clever. The ghosts use their own dimensionally anomalous signatures to slightly wrinkle the time-space continuum. The door is still there. What you're seeing is a fold in reality. The ghosts remove the door from this plane of existence. All I'm seeing in the pair of goggles is a kind of glowing purple aura. No door. Well, this is an educated guess. But since the ghosts are gone, their influence is fading. The anomaly should straighten itself out. Few hours probably. Oh, that looks good. Good. Thank you very much. Now, let's get the hell out of here. Oh. 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 I'mcipital. Oh. Oh. So I take the. gestern abend habe ich ein bisschen forza gezockt sind wir finden und wer sich daran erinnert an den stream da haben wir schon angeguckt was als nächstes kommt das letzte event der karriere und das war hot hedges was in meinem fall bedeutet 1er golf gti ja und dann herumheizen ist das geil hat so einen spaß gemacht hat mich für sie geärgert dass sie erst zu spät die muse dazu hatte überhaupt zu zocken und dementsprechend dann auch nur ich glaube zwei stunden oder so das hat nämlich richtig spaß gemacht auch hier verflügt das artefakt und Und Totenköpfe. Okay jetzt sind alle da. Alle bisherigen Gegner aus diesem Level. Aufwertung kaufen. Was kaufen wir jetzt? Schockschlagfeuerratenerhöhung. Schalalalalala. Schockschlagfeuerratenerhöhung. Schockschlagfeuerratenerhöhung. Können wir aufholen mit der Go-Summon-Ludy. Okay. Der muss grünes geflackert oder? Ja ne? Ich will trotzdem erstmal hier gucken. Okay. So. Rein da. Ja Leute wollen wir reinkommen und mir helfen. Das war knapp. Aufwertung kaufen. Ja sicher. Oh hier nicht? Okay. Aber was bringt Kohle? Sachen zu zerstören. Also zerstören wir Dinge. Dass wir aufleveln können. Ah. Gozer Exhibit. Also Ausstellung. Das erklärt den Soundtrack. Also ich finde den Stuhl ja geil hier ne? Ah. Er hat ne Ledersitzfläche. Und da staubt sich die Hitze. Also wenn ich nach zwei Stunden hier aufstehe, fühlt sich das an, als ob ich wund wäre. Als hätte sich jede Falte in der Hose reingedrückt. Alles ist geschwitzt und so. Für Tipps bin ich dankbar. Das gebe nämlich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Sack. Der Unklisk wurde geschwächt. Das war's. Wer baut denn sowas? Well, this looks inviting. I'll be at the office watching over Alyssa. Don't do anything fun without me. Okay. Gehen wir mal kicken. Ich denke, ich habe was ich gemeint. Ich denke, ich weiß nicht. Ich verstehe die Alloy-Fabrikation. Wo führen die uns hin? Okay, da ist der echte Obelisk. Zwei, drei, vier. Hab ich doch grad. Ich weiß nicht, was ich da bin. Ich weiß nicht, was ich da bin. Ich will auf jeden Fall sehen. Ich vermisse, wie er der Einde hat sich in den Eindring. Ich kann uns hinlegen. Ich möchte die Einde einig sein. Ich bin einig. Ich bin einig. Okay. Ich bin einig. ein ferngestelltes modell des sektor 1 aber das könnte es wohl gewesen sein das müssen wir herausfinden das fühlt sich so wierd in hier wie familiar wierd ja Oh. 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 Oh, mother fuck! Oh Gott. Purpose der Endermis. Hm. In your face. Aha. So far, not too shabby. Oh. Let's move to here. Beladungsimpuls. Ist das denn nicht? Ja, cool. So. Wenn ihr da lang geht, will ich erstmal da lang. Nix. So. Daaaannn go. Oh my. So much black slime. Oh it just seems like a lot because it's alive. The column, it's flowing upwards. If you see a big yellow eye in there, poke it with something. No yellow eye, Ray. Maybe it already went up there. Well, that doesn't sound good. Is it my turn to lead? I don't want to jump in front of you. Hello, Chen. Ready to get what's coming to you? Huh? Irgendjemand scheint da zu kommen. Irgendjemand scheint da zu kommen. Wir tolerieren es nicht in unserer Jurisdiktion. Schau ihn! Es muss einen weckeren Platz irgendwo haben. Besiege den Vorsitzenden. Okay. Okay. Nein, wir fliegen. command. All right. All right. So. Ah, siehst du, die kann man zumachen. Die ist weg. Oh, komm da. Oh, komm da. Oh, komm da. Aufwertung kaufen. I'm afraid I'm gonna need another eye to shower. Zumachen leute. Zumachen! You're almost there. Why is that? Ja, wir sehen uns. Hey, was geht ab? Wo bist du? Warte. Ich steh auf Faule Socke. Oh. Oh, you got me. To the right. Erstmal stell zu machen die Dinger hier, dass vielleicht noch mehr Gegner kommen. So. Da. Das Auge war das Einzige, was da noch war. Ich sollte, du freundlich, gangsters, wenn ich die Chance hatte. Ich werde eine Verzweifung an dieser Verzweifung an dieser Verzweifung an. Jetzt. Ich werde die Verzweifung an der Verzweifung anbieten. Du kannst du auf eine Liste, nicht zu sagen, keine Chance für mehr Governmenten Kontrakte. Du hast das mir gemacht. Und du kannst. Du kannst. Du kannst. Das ist es. Du bist fertig, Smart guys, you are done, smart cool guys.